Weißt du, wie dieses Bild heißt und wer es gemalt hat? Das Gemälde heißt Proserpine, auch Proserpina, und ist ein Ölgemälde auf Leinwand des englischen Künstlers und Dichters Dante Gabriel Rossetti, das 1874 gemalt wurde und sich jetzt in der Tate Britain befindet. Rossetti begann 1871 mit der Arbeit an dem Gemälde und malte mindestens acht separate Versionen, von denen die letzte erst 1882, dem Jahr seines Todes, fertiggestellt wurde. Frühe Versionen wurden Charles Augustus Howe versprochen. Das in diesem Artikel besprochene Gemälde ist die sogenannte siebte Version, die von Frederick Richards Leland in Auftrag gegeben wurde, jetzt in der Tate Gallery, mit der sehr ähnlichen endgültigen Version, jetzt im Birmingham Museum & Art Gallery.